Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ja, Servus, wie gesagt, hier zu unserem wunderschönen Albenprojekt. Es geht weiter. Das letzte Mal haben wir hier aufgehört und haben festgestellt, dass der Schweinestall leider keine Ballen nimmt, keine Strohballen. Das heißt, wir müssen die Ballen auflösen. Entweder eben lose das Stroh hier einwerfen mit dem Ladewagen oder wir müssen uns Gedanken machen, dass wir einen Einstreuer uns kaufen. Nun ist nicht ganz so wichtig, denn spätestens im nächsten Monat haben wir Felder, wo wir dann Stroh bekommen. Und das werden wir dann mit dem Ladewagen einsammeln entsprechend. Okay, also legen wir los. Wir schauen mal ganz kurz in den Gebrauchtmarkt, Gebrauchtmaschinenmarkt. Aber da haben wir leider, glaube ich, nichts Interessantes für uns. Nein, denn ich liebäugle, ihr wisst es, mit einem Warrior, mit einem Deutsch Warrior. Das wäre ein adäquates Fahrzeug für diese Map, denke ich mir. So, also, dann würde ich doch sagen, wir schnappen auf jeden Fall mal unseren Drescher, bringen den schon mal rüber zum Rapsfeld. Denn dann wollen wir hier mal loslegen mit dem Top-Liner. So, den hier aber erstmal geschickt hier rausbringen. Na, also, das funktioniert doch. Wie sieht es denn? Oh, den müssen wir reparieren. Da müssen wir ein bisschen Hand anlegen, bevor wir da rausfahren. So, dann müssen wir ein bisschen was tun. Unseren Landmaschinen-Schlosser aufsuchen, dass der hier mal kurz ein Schräubchen und vielleicht ein bisschen einfettet und ölt. Damit der Kollege dann wieder, bevor es losgeht aufs Feld, hier auch wirklich in einem Top-Zustand, dann ist er schließlich ein Top-Liner von Deutzfahr. Ja, okay. Wobei ich auch denke, dass das die letzte Saison sein wird, dass der Kollege uns behilflich ist, reparieren für 2000 und paar zerdrückte. 2, 3, 29. Denn ich denke, wir werden dann langsam aber sicher. Auch aufgrund der Zahl der Felder. Denn das Ding bringt ja nur, äh, sehe ich richtig, 15 kmh. Na ja, also, wie gesagt, das ist jetzt nicht der Burner. Und wenn wir natürlich die Felder haben, auch an anderen Stellen hier der Map, vielleicht auch irgendwo weiter oben, dann brauchen wir definitiv ein bisschen mehr PS. Und ein kleines bisschen mehr Arbeitsbreite würde ja auch nicht schaden. Okay, jetzt muss ich mal überlegen, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Wie machen wir das am geschicktesten? Ich würde sagen, wir fahren hier mal rückwärts rein und holen dann mit einem Schlepper. Jep. Hole mit einem Schlepper. Ja, es bietet sich eigentlich hier der Kollege an. Weil wir werden dann anschließend, ja, das Mähwerk, nicht das Schneidwerk, das Schneidwerk holen wir jetzt, aber dann werden wir das Mähwerk befestigen hier an den Lamborghini und dann unser kleines Grasfeld natürlich schon mal anfangen zu mähen. Und das Gras werden wir auch nicht ganz grob, werden wir nochmal einsammeln mit dem Ladewagen, also keine Ballen machen, werden wir einsammeln mit dem Ladewagen und anschließend direkt ins Fermenter, ja, ich denke ins Fermentersilo kippen, um Silage daraus zu machen. Silage haben wir übrigens jede, jede Menge und da müssen wir uns auch Gedanken machen, ob wir das Ganze dann eben im Winter, ich denke, im Winter eher verkaufen. So, wie rum müssen wir ranfahren? Ja, genau, ja, dann fahren wir so rum und wenden. So, immer schön über den Hof. Mittlerweile haben wir ja auch einen Miststreuer uns zugelegt, damit wir dann den ganzen Mist, den wir hier mittlerweile produzieren mit unseren Tieren, dass wir den natürlich dann auch mal verarbeitet bekommen zum Düngen. Ich sage immer so gerne zum Andüngen. So. Ich überlege gerade, lassen wir den hier stehen? Ich denke, den bringen wir wieder weg, oder? So, komm ran. Ups. Upsi. So, oh, der Tank ist auch nicht mehr so voll, aber ich denke, das sollte reichen für dieses eine Feld. Hoffe ich doch. So, dann hier rum. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn wir hier am geschicktesten aufs Feld kommen. Sollen wir hier querfeldein und einfach mal eine Bahn hochfahren? Ich denke, das müsste doch gehen, oder? Jupp, das passt soweit. Ja, die Steigung kann er noch gut nehmen, das ist kein Problem. Hervorragend. Der Topliner von Deutzfahrt, den haben wir jetzt repariert. Dann schauen wir mal, dass wir das Schneidwerk noch reparieren. Und dann können wir auf jeden Fall die Aufträge, denn wir sind ja sozusagen der Lohner des Dorfes, können wir dann entgegennehmen, annehmen und das Material auch einsammeln. Das kann nicht schaden. Und dann, denke ich, wird auch mit Ende der Saison dieser Topliner seine Schuldigkeit getan haben. Aber wenn wir eben die größeren Strecken hier auf dieser Map zurücklegen wollen, ja, dann ist er halt mit, ja gut, jetzt zeigt er 20 an. Hat er gerade eben nicht 15 angezeigt? Hm, also Maximalgeschwindigkeit ist eben, oder ich sage mal, Marschgeschwindigkeit ist ja in dem Fall 20. Das ist nicht gerade besonders schnell. Da schauen wir dann mal, was wir vielleicht auch, wenn wir Glück haben, im Gebrauchtwagen, Gebrauchtmaschinen-Angebot dann vielleicht bekommen. Bis jetzt hat man nicht ganz so viel Glück, glaube ich, jetzt hier wie anderweitig auf Neubartel-Zagen. Da hat man, glaube ich, ein bisschen mehr Glück, was die Gerätschaften anging. Da haben wir letztens einen Pflug gekauft und das war schon nicht schlecht. Einen großen Pflug, 6 Meter. So etwas werden wir hier nicht brauchen. War übrigens auch hier im Shop, im Angebot. Aber das werden wir hier auf dieser Map definitiv nicht brauchen. Aber ich habe ja auch Pflügen eingeschaltet. Und bis jetzt hat er überhaupt noch nie hier angeboten, dass gepflügt werden müsste. Und normalerweise, glaube ich, ist es doch so, alle drei Ernten muss gepflügt werden. Aber wir werden sehen, hier drüben haben wir Mais. Mais wird dann auch noch geerntet dieses Jahr. Und dann schauen wir mal, ob er dann uns anzeigt, dass gepflügt werden muss. So, wir sind bei 34 Prozent. So, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Wir haben sonst Frucht, Zerstörung. Obwohl ich überlege gerade. Naja, okay, jetzt ist es eh schon passiert. Wir fahren jetzt doch noch einmal hier so rum. Dann können wir jetzt mal den Helfer losschicken. Und wir sehen wieder mal aus der Fahrerkabine, dass die Bambis wieder da sind. Hallöchen, Hallöchen. Ja, bitte in die andere Richtung. Dankeschön. Und sie verschwinden im Maisfeld. Sehr gut. So, den Kollegen lassen wir hier rennen. Wir werden den Lambo, der lief hier, okay, der lief noch. Da werden wir jetzt erst mal, hm, ich überlege gerade. Ja, wir schieben doch den Schneidwerkwagen einfach ein bisschen zur Seite. Und damit er hier nicht im Weg steht, denn mit dem Abfahrer müssen wir ja hier vorbei. So, dann lassen wir das so. Gut, dann bringen wir erst mal das Gewicht weg. Und Abfahrer, lasst mich mal kurz überlegen, Abfahrer soll der Fendt machen. So, Gewicht, zack, weg. Jetzt überlege ich gerade, wo steht denn unser Mähwerk? Ich glaube, in der Halle, oder? Da gehört es auch hin. So, auch hier müssen wir mal einen Blick werfen auf die Wartung. Das geht noch. Da können wir auf jeden Fall noch den entsprechenden... Ne, da steht es gar nicht. Wo steht es denn? Ach, haben wir bestimmt in die andere Halle, in die neue gelegt. So, ich denke, hier werden wir es finden, oder? Da ist es doch. Da ist es. So, erst mal hinten. Okay. So, zum Glück haben wir ja genügend Platz zum Wenden. Und hier haben wir auch eine Werkstatt. Wir könnten natürlich das Material hier gleich jetzt schon mal hier reparieren. Wie sieht es aus? Na, es wird nicht schlimmer. Okay. Dann bringen wir den jetzt erstmal vorsichtig in Arbeitsposition. Und dann holen wir den Fendt erstmal und bringen den schon mal zum Abtanken in Position, damit... Wie weit sind wir? 86. So, wo haben wir denn den Anhänger? Den guten Kipper haben wir den hier drin. Oh, hier haben wir ja... Ah doch, da ist er. Da ist er. Da ist er. So, das ist alles ein bisschen weit verstreut hier auf dieser Farm, auf diesem Hof. Aber das passt schon. So, unser neuer Fendt, den wir ja auch im Livestream gekauft haben. Der auch ideal ist zum Pflügen. So, hier rum. Und immer aufpassen, dass da der Schneidwerkwagen steht. So, die Tiere sind wieder hier auf der Straße unterwegs. Und wir kriegen die Meldung von unserem Helfer, dass der Korntank jetzt schon zu 80% voll ist. Und ja, genau, er macht die Wende. Das heißt, dann können wir den gleich hier mal on the fly abtanken. So, was ist denn los? Ja, kommt, rennt. Lauft, lauft, lauft. Sehr schön. Ja, aber nicht wieder in selbstmörderische Absicht in den Drescher hier rennen, ne? Ei, 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 ei. Und da verschwinden sie im Getreidefeld, beziehungsweise im Rapsfeld. So, dann gehen wir mal hier runter zum Abtanken. So, dann fahr mal dein Schnorchel aus, Herr Kollege. Ja, dann müssen wir mal schauen, ob wir dann Material davon hier unseren Schweinchen gleich zukommen lassen. Oder ob wir das erstmal ins Silo kippen. Aber ich glaube, die Schweinchen haben genügend Futter. Das große Problem ist natürlich immer das Wurzel, Gemüse in Anführungszeichen, die Wurzelfrüchte, Kartoffeln und Zuckerrüben. Und da habe ich ja gesagt, da müssen wir uns ein bisschen die Augen oder müssen wir die Augen offen halten, dass wir hoffentlich einen Auftrag erwischen. Denn ich glaube, Kartoffelaufträge oder Kartoffelernte müsste hier anstehen auf der Map oder Zuckerrüben. Eins von beiden ist auf jeden Fall vorhanden. Und da müssen wir einfach mal schauen, dass wir uns rechtzeitig so einen Auftrag sichern, damit da ein bisschen davon auch für uns abfällt. So, Ine, jetzt schauen wir mal, ich glaube da vorne, ah ja, da hat er hier das nicht ganz bis zu Ende abgefahren. Okidoki. So, da werden wir den Kollegen ein kleines bisschen unterstützen, ihm etwas hier unter die Arme greifen. So, ein kleines Vorgewende vielleicht nochmal hier fahren. Und dann lassen wir ihn einfach auf der unteren Bahn nochmal hin und her fahren, gar kein Problem. Und dann bin ich, wie gesagt, gespannt, wie wir hier mit diesem Feld zurechtkommen, denn ihr wisst es, ihr wisst es, ihr wisst es. Ich muss es einfach jedes Mal ansprechen. Ich bin etwas irritiert, was hier die Umweltbewertungen angeht. Und das Feld hatte ich ja auch eigentlich hervorragend bearbeitet, was Düngen, Kalken und so weiter angeht. Und trotzdem haben wir hier nicht die volle Punktzahl. Ich bin mal gespannt, wie das dann sich entwickelt, wenn wir hier dieses Feld abgeerntet haben. Wir schauen mal. Ja, also der Ernteertrag sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Also ist alles sehr im grünen Bereich. Dann schauen wir jetzt mal, was uns hier Precision Farming sagt. Das Feld, oh, 87. Also ihr seht, und hier sind wir jetzt auch hoch. Vorher waren wir irgendwie, glaube ich, bei 69 Umweltbewertung. Jetzt und bei 6 Prozent, jetzt haben wir zumindest mal die Verkaufspreise auf 7 Prozent hochgepimpt. Und wir sehen, dass jetzt dann auch zum Beispiel die Stickstoff, beim Stickstoff ist das Ganze jetzt doch deutlich nach oben gegangen. Unten bei Bodenbearbeitung ist der Balken immer noch leer. Okay, so, dieses Feld haben wir ja eigentlich auch gut hingekriegt. Und bei dem, da tut es mir auch noch ein bisschen weh. Aber da müssen wir auch noch ein bisschen was tun, bevor wir hier die Aussaat gemacht haben. Auch hier, dieses Feld haben wir ja gekauft und ordentlich bearbeitet. Und interessanterweise bei Stickstoff ist das Feld leer und nur 60. Also ihr seht es, das ist alles ein bisschen interessant, was sich hier tut. Jetzt bin ich bei dem Feld gespannt, was sich hier verändert. Bodenproben, Unkrautbekämpfung ist ein Grasfeld. Hm, mal schauen. Also 78, wir legen da einfach mal los hier mit unserem Lambo. Er ist ja auch immer noch angewiesen. Okay, und wir legen hier einfach mal los und da bin ich mal gespannt, was er dann sagt. Okay, vorne mal ausklappen. Hinten bitte ausklappen. So, Schwadablage haben wir an. Dann werden wir vorne mal einschalten. Und hinten einschalten. Und dann fahren wir mal hier gleich mal links herum. So, und dann hier lang. Und dann werden wir das erstmal hier einmal von Hand abfahren. Oh ja, das gibt wieder einen richtig schönen Schwad. Sehr schön. So, ihr wisst ja, dass es unser Expansionsfeld soll heißen. Also wenn wir hier dann noch den Hof erweitern mit weiteren Produktionen oder Stellen, dann werden wir das alles hauptsächlich auf diesem Feld tun. Es gibt zwar noch zwei Felder, beziehungsweise zwei Geländestücke hier. Eins davon haben wir ja bereits gekauft, wo man dann eben auch Expansion betreiben kann. Aber das ist alles oben auf dem Berg. So, kommen wir hier durch. Oh ja, da blockt da ein bisschen. Deswegen muss man sich da gut überlegen, wie wir da agieren. Aber ich hätte ja irgendwie Bock, da oben das Grundstück, also nicht da, wo wir jetzt schon sind mit unserer Forstwirtschaft, wo wir da schon alles vorbereitet haben, sondern es gibt ja noch auf der anderen Seite ein Grundstück am Berg. Da habe ich schon mal gesehen und das dürfte vielleicht interessant werden. So einen richtigen, schönen Alpenbauernhof, so einen Bergbauernhof, auch mit einer Viehzucht. Das könnte eine interessante Sache werden, dass wir das machen und nochmal eine zusätzliche Viehzucht hier installieren. So, komme ich jetzt hier rum. Fahren wir hier einfach mal kurz so rückwärts. So, und hier lang. So, da können wir großzügig fahren, da wir ja sowieso nochmal zurück müssen. Ja, das Feld ist dann relativ schnell gemäht. So, dann noch einmal zurück und dann ist es auch schon gemäht. Vorne runter. Hinten runter. So, noch hat sich unser Helfer nicht gemeldet vom Rapsfeld. So, hier haben wir jetzt einen relativ guten Ertrag, so wie es aussieht. So. Hinten hoch. Jetzt haben wir da noch ein Zipfelchen. Das machen wir dann einfach nur mit dem vorderen Schneidwerk. Das sollte, glaube ich, kein großes Problem mehr sein. So, zack, zack. Und ab. Sehr schön. Dann packen wir das Ganze ein. Und dann können wir mit dem Ladewagen, der ja noch bei den Schweinen steht, schon mal anfangen, das Material einzusammeln. So. Was macht denn unser 76? Ach, hm. Was hat er denn da jetzt wieder gemacht? Ei, 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 ei. Also diese Helfer, wenn man nicht immer ständig ein Auge auf die Jungs wirft. Lasst uns mal ganz kurz nochmal reinschauen. Hier 76. Also hier hat sich jetzt nichts geändert. Unkrautbekämpfung logischerweise. Das ist ja, weiß nicht, warum wir hier diesen Wert dann hochkriegen sollen. Nee, also da hat sich jetzt leider nichts geändert. Aber hier hat sich ein bisschen was getan. Und wie gesagt, wir sind jetzt bei 7 anstatt 6%. Okay, das macht mir etwas Hoffnung. Wir holen unseren Abfahrer. Und dann werden wir hier nämlich schon mal abfahren. Wie der klingt, der Fendt, ne? So, dann werden wir nämlich hier schon mal abtanken. Und dann können wir mit unserem Waltra und dem Ladewagen, dem kleinen Pöttinger, gehen wir dann mal los und sammeln das Gras ein. Ja, jetzt lassen wir diese Bahn erstmal stehen. Und wenn er dann fertig ist, dann werden wir die uns noch manuell hier zu Gemüte führen. So, ist er jetzt sogar gleich voll, oder wie sieht's da aus? So, 15.000 gleich. Ja, da würde ich doch sagen, dann bringen wir hier den Kollegen doch weg. Dann fahren wir hier noch mit bis zu Ende der Bahn. Wenn er nicht sogar vorher schon sagt, dass er das Ladegewicht erreicht hat. Jo, sehr gut. Dann schlagen wir hier mal ein und bringen das Material schon mal weg. und denken daran, dass wir, und da ist er auch schon, kaum sage ich es, dass es Verkehr hat auf dieser Map. Wir haben den Verkehr wieder eingeschaltet. Rechts ist frei. Oh ja, er kämpft auch ein bisschen, obwohl er über 200 PS hat. Aber dafür schaltet er eben schön automatisch durch. Geschmeidig, schön geschmeidig schaltet er durch. So, wir fahren nicht hinten rum, wir fahren durchs Dorf. Und den Blinker gesetzt. Oh, stopp! So, wir werden jetzt nicht bei den Schweinchen abladen, weil da steht ja unser Waltra mit dem Ladewagen. Den werden wir dann gleich rausfahren. Aber den bringen wir jetzt erstmal, nachdem er abgeladen hat. Erst nochmal wieder raus aufs Feld. Sehr schön, sehr schön. So, da können wir mal kurz die Hilfe ausschalten. Und auf jeden Fall mal ein Thumbnail machen. Sehr gut. Hervorragend. So, dann wieder raus aufs Feld. Bereitstehen, wenn unser Topliner sich meldet. So, hier muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man hier aufs Feld fährt, weil da ist irgendwo ein ziemlicher Huppel. Ja, ja, da merkt man es, ne? Da müssen wir langsam runter. Okay. Sehr schön, das klappt hervorragend. Okay. Dann lassen wir ihn hier mal ein bisschen arbeiten. Mit ihm geht es jetzt los. Raus aufs Feld, aufs Grasfeld. Silage, Siliermittel ist drin. Und dann werden wir hier mal mit dem kleinen Pöttinger anfangen. So. Okay. Sehr schön. Ja, da müssen wir weiträumig, glaube ich, fahren. Dass er das alles hier entsprechend aufnimmt. Und so, er verbraucht auch Siliermittel. Glaube ich. Ja, natürlich. Hat mich übrigens auch gewundert, in unserem Livestream, was wir auf Neubartels Haken gemacht haben, wo wir richtig hier was geschafft haben. Zweieinhalb Stunden, da haben wir ja mit einem Göweil, ja, Stationärballentwickler gearbeitet. Da war auch Siliermittel drin, was er verwendet hat. Während komischerweise, wenn ich mich richtig erinnere, der, ähm, der, ähm, John Deere, der Häcksler, der hat irgendwie, glaube ich, kein Siliermittel verbraucht. Ähm. Was ist denn eigentlich hier jetzt passiert? Das kommt mir jetzt gerade ein bisschen komisch vor. Wir sind doch hier lang gefahren. Wieso ist denn jetzt die Schwart hier so aufgehäuft? Hä? Gehört das so? Ich glaube eigentlich nicht. So, hier rum, da werden wir auf jeden Fall nochmal rum müssen, ein bisschen aufräumen. Hervorragend. So, und während wir jetzt hier losfahren und kräftig wieder arbeiten, nehme ich ja auf jeden Fall Raps einsammeln und hier das Gras einsammeln für unser Fermenter-Silo. Soll es das auch wieder mal gewesen sein für diese Folge? Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Das war wieder mal unsere schöne Alpen-Map Neu-Mini-Brunnen. Ich hoffe, hat es euch ein bisschen gefallen. Oh, der Ladewagen ist voll. Müssen wir schon los. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne bitte ein Abo für den Kanal. Das würde mir ein bisschen weiterhelfen. Ihr wisst ja, wie das Spielchen geht. Ansonsten natürlich freue ich mich auch über ein Däumchen oder die Kommentare, die ihr auch immer gerne schreibt. Das ist immer sehr, sehr schön. Also, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder mal ein kleines bisschen gefallen. Und vielleicht war auch das eine oder andere Interessante für euch dabei. Ich sage Dankeschön. Tschüss, Chargerio. Bis zum nächsten Mal.